Ja, hallo zusammen zu einer weiteren Runde Wulzin. Immer noch Level 11. Wir waren ja in den Level 12 bzw. 15. Ich habe mir mal was verändert. Ich habe zwar eine Pistole gefunden, die macht genau einen Schaden mehr, allerdings weniger Froschschaden als die alte. Ich habe mal getestet, einen Katalysator mit reinzunehmen. Damit kann ich auch richtige Zauber ausprobieren, also so ein Mischding. Keine Ahnung, ob das was bringt. Das werden wir sehen. Vielleicht sterbe ich auch recht schnell, denn ist das auch so. Wir werden es erleben. Wir marschieren jetzt mal hier zu unserem Freund. Wir akzeptieren das Ganze mal und schauen mal, wie gut das funktioniert mit einer Pistole und einem Katalysator. Ich weiß es noch nicht. Ich kann es euch echt nicht sagen. Einfach einen Test. Test ist es mal wert, weil Pistolen habe ich bisher... Ich habe jetzt, wie gesagt, die eine, die ich da gefunden habe, die war jetzt mal irgendwie eher mäßig. Stirb. Oh, Willenskraft. Ja, jetzt wird es interessant. Das funktioniert natürlich nur, wenn ich die mal vernünftige Willenskraft gebe. Das ist alles nicht so einfach, ne? Muss man ja mal so sagen. Ach, Jungs. Ach, toll. Einfach mal eine Runde gegen die. Aber... Nicht mit mir eine Willenskraft. Ich glaube, das wird nicht sonderlich gut funktionieren, da so ein Hybrid-Pilz zu basteln. Auf jeden Fall sind wir aufgestiegen. Hau ab. Danke. Dann machen wir jetzt mal den Aufstieg. Geben wir einfach mal ein bisschen Willenskraft dazu. Also Weisheit. Und noch mal ein wenig Zähigkeit. So, und sagen Bestätigen. So, und vielleicht vergeige ich den Char jetzt gerade komplett. Man weiß es nicht. Wir haben eine neue Fertigkeit bekommen. Gelehrter. Was haben wir hier? Schnell veranlagt. Plus 10% auf den Gesamtwert der Zauberwirkgeschwindigkeit. Okay, das können wir eigentlich machen, oder? Wir probieren das mal. Bestätigen. Weil ich will es mal testen. Mehr als den Char vergeigen kann ich auch nicht. Ist einfach so. Ja, schreibt gerne noch mal in die Kommentare, was ihr von einem Wulzun-Stream halten würdet. Vielleicht mit einem völlig neuen Charakter. Ja, Bock hätte ich schon drauf, aber muss euch natürlich auch interessieren, wenn ihr sagt, ach nee, komm, lass mal. Dann lassen wir das auch. So. Immerhin sind wir jetzt Level 12, was ja auch ganz schick ist. Wieso ist hier eigentlich verdammt noch mal so wenig los? Das ist, die Frage beantwortet sich gerade. Oh, das ist nicht genug los. Ach, haut ab. Okay, alle Walle. Dann gehen wir halt hier drauf. So, Arsch. Ja, danke. Ich mag dich auch. So. Ach, haut ab. Ab, haut. Danke. Tschüss. Tü-dü-dü-dü. Hallö-scha, hallö-scha, hallö-scha. Ach, das ist nicht. Kannst das mal lassen? Du kannst das, du bist ganz toll. Den hätten wir auch erledigt, dann marschieren wir mal weiter. So, du bist auch in Ford, böser Pursche. Lalalalalala, einfach mal umgucken, ob wir nicht noch irgendwas vergessen haben. Da geht es auf jeden Fall auch lang. Also bleiben wir einfach mal auf diesem Weg. Ach, ich will nicht. So. Und das Problem ist natürlich, wenn ich Wut schaffe, dann, ah, jetzt habe ich wieder ein bisschen Magie zur Verfügung. Weil das hängt ja voneinander ab. Wenn ihr es seht, wenn ich Wut erschaffe, dann lässt meine Magie nach und wenn ich mit Magie schieße, lässt meine Wut nach. Also egal, warum wir es machen, hilft uns nicht wirklich weiter. Was lag da? Meisterwerk. Bla. Was ist das? Wieso? Ich wollte doch sagen, warum gehst du nicht kaputt? So blind kann unser Schütz doch gar nicht sein. Wahrscheinlich weigert er sich gerade. Hau ab. Da geht mir glatt die Zigarette aus. So, weiter geht's. Schauen wir mal. Ach, Taktian. So. Ne. Ach, Taktian. Ach, Taktian. Ach, Taktian. Ach, Taktian. Ja, und was hat sich das jetzt gebracht? Das ist. Meins auch, du kannst es mir mehr machen, ne? Mal gucken hier. Was haben wir da? Ein blaues Küstchen. Na, dann gucken wir mal. Oh ja, das war jetzt mal toll. Großes Kino. Ehrlich. Nur weißes Scheiß drin gewesen. Ach, herrje. Lass das. Ich mag das nicht. Lass das. So. Wie viel hast du denn noch hier? Wie viel ist das? So viel ist das nicht mehr. So, dann gucken wir doch mal weiter. Naja, ich will ja Level 15 erreichen, um die schwierige Mission zu machen. Alleine ist der Gedanke daran, lässt mich erschaudern. Tschüss. Eigentlich, glaube ich, macht das dann meistens Sinn, wenn ich erst mit Magie angreife, bis die Magie alle ist, um dann mit Schüssen Wut aufzubauen. Aber dann kann ich sowas machen. So. Da kann ja auch immer was drin sein. Ach, Moment. Ach, er nur wieder. Und wie ein Hals hier. Schnauze, mein Freund. Ach, so wenigstens ein bisschen Kohle für mich. So als Arme. Nein. Irgendein Scheiß. Ich finde, bei den Items sind sie ja echt geizig, die so fallen. Ach, Schatze. Oh, ne. Da wollen wir mal einen Heldkrank nehmen. Ja, fand das gut. Ich schon. Ups, was war das denn? So, das ist im Übrigen nicht die Leertaste. Deshalb hat das nie funktioniert. Sondern ich habe das ja umbelegt für die Rolle. Das war bei mir, das ist bei mir die, äh, auf dem Ziffernblatt, die, auf dem Ziffernblock, die Null. Und deshalb habe ich hier auch immer, wenn ich die Space-Taste gedrückt habe, nicht wirklich irgendwas machen können. So, lass uns mal auf die Map gucken. Kann ich nicht, auch schön. Ist ja ganz toll. Jetzt weiß ich nämlich nicht, wo ich hin muss. So, eigentlich kann es ja nur da oben weitergehen. Denke ich mal. Weil hier haben wir ja soweit alles durch. Ja, nächste Woche noch bis Donnerstag arbeiten und das Urlaub. Yippie, ja, ja, ja. Und am 26. kommt dann... Ach, ich kann jetzt mal einen ersten Mal mehr. Ja, genau, so mögen wir das. Zwischen Randale machen, soll jetzt aber keine Windkraft. Du Arsch. Angeteilt keiner. Eieieieieiei. Aua, 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 aua. Lass den Scheiß. Spieh nicht drauf. Der ist ganz schön kacke. Oh, kannst das mal lassen. Oh, 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 oh. Bei dir lag das ja wohl nicht. Scheiße, weg da. Komm, jetzt stirb. Danke. Was Güldnis, was Güldnis. Nein, was sag ich echt? Hyperwürfel sowieso. Oder Hyperwürfel. Was war denn das Güldnis, was wir aufgenommen haben? Ein Bogen. Sechs mit zwölf Schaden. Wollt ihr mich verarschen? Also mal ganz ehrlich, das ist eine Frechheit. Ernsthaft. Zeichen der Unreinheit. Aha. Ah ja, nur mit Durchpunkt. Dann lernen wir den mal. Finde ich. Was ich noch nicht so ganz verstanden habe, ist, warum kriegen wir... Wir haben früher diese passiven Fertigkeiten gekriegt. Was ist das? Zeichen der Unreinheit. Na dann. Das funktioniert nicht mehr. Also entweder haben sie es in der Beta rausgenommen oder wirklich ganz, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Wir testen das Zeichen der Unreinheit gleich mal, um den Schaden zu erhöhen. Wo ist er denn? Da ist er. Nicht genug Wut. Leck mich. Lass das. Da soll ich mal weg. Wiener muss ich denn dafür ran, um diese Scheißzeichen der Unreinheit aufzuführen? Oh, 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 oh. Ja, 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 Penner. So. Oh, na. Tschüss. Da ist doch irgendwo wieder ein Bassiger. Der ist gar nicht mehr so weit weg. Aber erst mal gucken wir uns um. So. Ja, ja, ist doch. Alter, lass mich. Ich bin noch in Wildungskraft. Das. Hygienis. So. Penner. Gibt's Geld? Zahlung? Ja, gibt's Geld. Das ist in Ordnung. Besser als irgendwelche weißen Items, die sowieso keine Kohle bringen. Na gut, ihr Lieben. Dann werde ich hier eine kleine Aufnahmepause machen. Wir sehen uns beim nächsten oder hören uns beim nächsten Mal weiter. Und ihr seht Ernie Alt auch dann wieder. Mal gucken, wie gut das hier alles noch mit dem Fokus und so weiter und so fort funktioniert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.